Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Wir sind hier in Tenkoli in einem riesigen Flüchtlingscamp. Jede Familie hat andere Sorgen und andere Probleme. Aufgrund dessen geben wir jeder Familie ein paar Geld, damit sie es für ihre eigenen Wege und Zwecke brauchen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.